Ui Was ist der Mann? Und wir wollen doch nicht, dass er ohne Kugel im Schädel verschwindet. Kugel? Wenn ich mit ihm fertig bin, sieht er aus wie ein Eichhörnchen im Gartenhäcksler. Ist doch krank, Mann! Kommt! Der Konvoi wartet nicht. Hier lang! Okay. Äh, ja. Wir kommen zurück. Ja. Ja. Äh, bei Far Cry 3. Äh, Bewaffnung bereit. Ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin auch bereit. Okay, wir sind bereit. Du hast die Sniper. Bist du dir sicher? Ich habe gerade gesehen, dass das so eine Herausforderung ist. Achso, fünf Leute mit dem... Ja, also Multiplayer. Ohne den Transport ist euer Käpt'n aufgeschmissen. Also los, ich behalte die Brücke von unten im Auge. Hoffentlich. Blablabla, gehen wir! Wollte ich auch gerade sagen. Ach, Mist. Okay. Ähm. Sieht ja ruhig aus. Ach, da steht eine Achtung. Oh ja. Jetzt sieht man sein Gehirn. Hey. Was? Mit V markierst du einen Gegner in deinem Gesicht fällt? Okay, das geht ja nicht automatisch. Gegen einen Reichweite! Ah, das ist das, was du gemeint hast da. Mit dem Auge. Aha, ja. Da ist ein Zug. Im Tunnel. Achtung hinter dein Wand. Zu. In deinem Haus sitzt auch einer. Du wirst solche Schmerzen haben! Ja, da, 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 da. Weißt du was ich mache? Ha! Ich mach mal! Ganz schön! Ha! 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 Ja, da steht einfach einer vor mir auf dem Fenster. Komm mal kurz. Mann, ich kann mich nicht mehr finden. Wo? Ja, ist okay. Kommt doch mal her. Nee, jetzt muss ich schon nachwarten. Die Sniper ist scheiße. Jaaa. Okay, was müssen wir jetzt mit dem Zug machen hier? Zug reparieren. Zug reparieren? Ja, steht da oben. Ach so. Wie kann ich denn den Zug reparieren? Ich glaube da ist sowas. Ich denke das geht. Ich glaube ich habe eins gefunden. Ah, Ersatzteile. Ach so. Ja, lies doch mal. Ja, Entschuldigung. Wo sind denn die Ersatzteile? Da hat so eine Hammer. Oder vielleicht muss ich das zuerst zurückbringen. Finger aus dem Arsch. Wo sind denn da Ersatzteile? Okay. Wieso zeigt sie nicht an? Wieso ist der Punkt immer noch bei der Lok und ich... Oh! Oh, geht nicht. Schade. Nee, geht nicht. Okay, wo sind denn die Ersatzteile? Oh mein. Ähm. Also bei mir hat's eins. Finde, Ersatzteile um den Zug. Du hast schon eins gefunden? Oder? Ja, ich habe eins. Ach du hast eins. Äh. Was war denn das jetzt? Hast du was denn draufgejagt? Ah, da hinten ist noch eins. Wohin? Hier. Hey. Wie hast du das gesehen? Da ist es ja. Das wird gehen. Das wird gehen. Das wird geblinkt. Da kommt eine kleine Hand oben. Da ist noch eins. Wer wegt eure Ersche und suchen nach den Ersatzteilen? Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ach du hast doch noch eins. Opa in Gangnam Style. Siehst du's? Jo. Hey! Hier drüben ist was. Ja. Ah jetzt sind wir zugreparieren, ok. Äh. Irgendwie. Ach so, jetzt bringt sie auch und jetzt Werkzeug. Ok. Jetzt kann man ja wieder vier. Ok. Zug läuft. Okay, und jetzt? Ich sag mir, dass du das warst. Ja. Na ja, klar. Ok. Warte, ich schlepp mich jetzt auf die Geleise, ne, und lass mich überrollen. Gut. Ey, das wollte ich. Nein, irre damit. Ey, die Messerstecher, das sind ja sowieso Selbstmordattentäter eh. Achtung, Zug. Go. Tschüss. Wow. Was denkst du, wer du bist? Oh. Puh. Der da ist lange ein bisschen. Ah, komm. Was? Du musst nachladen! Nein, nein! Ja! Zug-Status. Hey, Zug ist nicht bekannt. Ja, ja. Die Dreck-Rektion ist ankommen. Autsch. Ja, aber, 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 aber. Ah. Ah, du weißt. Ok. Jetzt von links und rechts, oder? Links und rechts? Ich weiß nicht so gut. Ich weiß nicht so gut. Ah, da. Aber die sehe ich erst, wenn ich sie... Wenn ich sie... Was? Ja, der Hörte kommt nach. Ach, der hier? Ich glaube, der hat ausgefallen. Oh, ich habe jetzt auch. Aua! Witz! 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 Oh, da. Ich bin da vorne. Der kommt da von gerade aus. Ah ja... Ah, ja. Der trifft mich ziemlich fest. Ja... Überraschung! Noch eine Überraschung. Ich hab keine Überraschungsarmee mehr. Mist. Keine Mission. Keine Mission mehr. Boah, die, 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 die... Okay. Oh, 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 shit, shit, shit. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Bin auch gleich tot. Okay, wo bist du? Mist, du bist zuerst. Der steht genau bei mir. Ja, ich weiss. Er tisch uns hier mit der Pistole. Na komm, geh rum. Okay, jetzt kann ich nicht... Achtung, 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 Achtung. Oh, da. Er ist hier. Er ist hier. Der Bögersee. Nee, ich kann doch nachladen. Nachladen. Ich hab keine Muni mehr. Jetzt gleich... Alter, er stirbt mal endlich, ey. Ah, ich werd echt schon. Ah, ich hab auch gleich keine Muni mehr für die Pistole. Ah, ich hab auch gleich keine Muni mehr für die Pistole. Wow. Bist du... bist du tot? Nee. Ah, stirbt doch endlich. Jetzt. Jetzt. Ah, nein. Nein, nicht. Okay. Ich muss Muni holen. Muni, Muni, Muni holen. Können wir jetzt den Tunnel? Ist der Tunnel frei? Super. Tunnel ist gleich offen. Okay, dann mal rein in den Tunnel. Na, toll. Ach so. Fast nicht dunkel. Nee. Nee. Warte nach! Ähm. Aha. Oh, ne Brücke, ey. Ja. Unterquere den Wandel. Ja, das, das, ich denke. Erfolg, ne? Auf dem richtigen Weg. Ja, mal wieder. Boah. Und jetzt sind wir wieder vier. Ja, plötzlich. Oh. Das ist geil. Hey, da! Panzerfall! Sniper! Oh. Das ist jetzt geil. Okay. Was hat's? Hat sich schon bewegt? Ja, jetzt. Jetzt kann ich sprechen. Uh. Hahaha. Ja, du musst natürlich wieder Feuerwerk landen. Oh, da ist schon zwei. Ja, ich habe wirklich zwei mit denen. Ah nein, der war aus extremer Entfernung, oder? Keine Ahnung, ich habe einen Fall. Ja, aber es geht doch erst jetzt vorher. Aha, ja. Panzerfaust. Wo ist denn die Panzerfaust? Wieso treffe ich den nicht? Tja. Mist. Ey. Mann. Ey, bleib mal stehen da unten, ey. Scheissame, also. Oh, jetzt muss ich schon nachhören. Oh, ich auch. So. Ich habe immer gleich zwei Punkte. Jetzt wenn ich den Kopf aufgefangen werde. Schon wieder kill zwei. Äh. 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 Wo ist's? Oh. Ah, da ist er. Ah, bleib steh. Oh. Oh. Oh, hat sich genau gebückt. Bei mir. Ja. Ja, du weißt, du hast den gleichen wahrscheinlich. Okay. Okay. Wollen das alle? Ah, da ist er. Oh. 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 Nein. Oh, okay. Oh da. Na, jetzt bleib steh. Oh. Oh. Ja. Oh dahinter ist er. Äh, der war, der war, der war, der war... Nein. Oh. Oh. Ich kenne mich dass das schief bringt. Panzerfaust. 8 Level, freigeschaltet, MP5. Ok, bereit oder nicht? Wo kann ich denn jetzt meine? Ah, hier. Also ich lasse meine Waffe. Super. Weiter geht's. Ne, wir nehmen schon fast eine Stunde auf. Also über eine Stunde. Krass. Achtung, da kommt einer. Ja, da hinten, von der andere Seite. Ja, ich weiss, ich weiss, welche andere Seite. Au! Boom. Da steht einfach einer vor mir. Hey, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Au! Du musst den da links, links. Warte, 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 was links? Wo sind die? Ach, meinst, da. Hund. Ne, da kommt es ja nicht so'n Scheiße, oder? Loll, doch. Er hat mich. Kommen sie von beiden Seiten oder nur von da? Und nur von da. Oh! Der Hund ist aber da. Ja, der Hund. Hat mich. Ich weiss. Der Hund hat mich. Sieht aus, als könntest du einen Brinkvertrag. Du hast keine Kraft! Du hast keine Kraft! Ah, laden nach! Du hast keine Kraft! Ah! Verstehen du! Hehehe! Durchs Gitter in durch. Autsch! Verdammt, der links hat einen Raketenwerfer! Wo? Raketenwerfer. Dahinten sitzt einer. Oh, der dahinten hat einen Raketenwerfer. Nimm das! Hat sie irgendwo einen Muni? Achtung hinter mir! Hinter mir! Boah, ich brenne. Ich brenne. Wieso brenne ich? Ach, da vorne ist. Entschuldigung, ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Was ist das letzte? Schwing deinen Arsch in Deckung! Das Ding fliegt euch hoch! Dahinten ist der Zünder. Bist du blind? Was ist blind? Wieso? Wieso? Da ist einer gestanden! Da, beim blauen Fass! Ach echt? Oh! Oh! Gott an! Ups! Oh, oh! Renate! Wo ist der Zünder? Hast du ihn? Nö. Hinten ist der Zünder? Ach so, wie wir es zuerst finden! Na super! Ich mach dich! Du musst daran! Echt? Dort ist er, oder? Wo? Hier ist er ja! Wo ist er ja? Da vorne, da! Ach so! Der scheiß Brücke noch kein Sprengsatz hängt! Haha! Weißt du, dieser Lauf hast hier! Oh! Hier sind Sprengsatz! Die können wir brauchen! Und? Boom! Boom! Frohes neues Jahr! Haha! Die zweite Brücke! Das ist schön! Die haben irgendwas gegen Brücken! Ja! Wir haben irgendwas gegen Brücken, ja! Haha! Wunderbar! Wenn ihr euch vereilt, erreicht ihr das Dorf bevor der Konvoi da ist! Mhm! Geht durch die Höhle davor! Danach sollte es nicht mehr weit sein! Okay! Und? Durchquere die Höhle! Da 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 da! Na komm! Du lame Sau! Das Spiel ist kurz! 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 Was da Muni? Inimiert! Ah! Spritzen! Spritzen! Muni! Mitro! Oh! Für die Pistole hat man 90 Schuss! Oh oh! Warte! Ah! Der brennt! Der brennt! Jetzt ist er tot! Jetzt brennt er! Hier wär jetzt ne ne Dingensgut! Roketanbärb! Sohle! Ich kann hier helfen! Ich kann hier Grenaden werfen, weil das gut ist! Na bitte! Oh oh! Wow! Oh shit! Doppelkeer! Oh! Warte! Der steht immer noch! Jetzt. Jetzt. Ich hab was gefunden. Was hast du gefunden? Schau mal, der rote Punkt hinter uns. Oh nein, jetzt nicht mehr. Rote Punkt? Siehst du den? Ich seh den rote Punkt. Ja, vom Sniper. Der ist nach vorne los. Ich hab den Sniper mit Kopfschuss erledigt. Alter, der war so weit weg. Ich hab was gefunden. Ich hab den Kabel. Kopfschuss. Also da hinten ist die Munition für Granatenzoll und die andere Munition. Boi. Boi. Boah, viele rote Punkt mit maximalen Gesundheit. Was hast du gerade bei mir geschaut? Ich? Ja.